Nöfe Oh, bin ich Depp? Jo, das wissen wir. Ich hab grad voll das Dume, Alter. Schürvoll aufs Laus. Bist du Johnny Depp? Was? Wer ist Johnny Depp? Er ist Depp. Also ist er jetzt Johnny Depp oder ist er ein Depp? Ein Depp. Äh, denke ich auch. Vielen Dank. Jo, Junge. Nein! Heute Depp. Mühl daneben getroffen. Scheiße. Oh, ich mach hin, ich will das schaffen. Jai. Ah. Schön, 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 schön. Geht so. Es wundert mich, dass ich im Moment keine Arbeiter irgendwie dumm rumstehen hab. Karte. Und lass einen Key. Na okay, nehmen wir. Ist bestimmt ganz gut. Und Kao ist schon gemaxed? Noch nicht ansatzweise. Du? Gut. Nein, auch nicht. Ich hab, ich hab schon gemaxed. Dreimal. Ich hab nicht gesagt geaxed. Zwölfmal. Geht's besser? Geht's besser? Mit Soße. Ich mach Züge. Mit Soße. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Poki! Mit Soße. Laserbeams aus mein, äh, und so. Oh, Ki. Ki. Mon. Ki. 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 natürlich nicht verstanden sondern das Kind nicht wie viele Leute sind eigentlich gerade am gucken ich habe zwei Jahre also zwei aktiven Geld das war die Kette und sich ist ein Passiv in Schäden mit ihm in die Schäden er hat er und sieben sind auch auch es sind mit neun zusammen dann aus oder du musst ihn einfach ignorieren sieben sind mit neun zusammen acht ja ganz recht und sie ist dann das so sehr verfahren ich bin auch das ist sicher er traut mich aber schon mehr der erste so hier ist voll das Mario dann hier gibt es Pokis hier gibt es Kettenhunde hier gibt es äh Vikings äh ne ähm hier Rön Rön Rönrad das ist gerade schlecht in der Tat äh was what the cancel 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 Rön 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 nochmals ich hab den hingeworpt die erben war er kriegt ihn stirbt Peter es ist nicht bau sah aber wurde so hat schon so was erwähnt er ist eine Schildkröte und hier bin ich außer der Poké-Docs was müsste ich nicht noch irgendwo ja du müsstest mal wieder das war mal eine interessante Technik ich komme hier viel zu gut weiter das heißt ich bleibe hier garantiert irgendwie wieder Ewigkeiten ich muss garantiert irgendwo Ewigkeiten hängen bleiben vor er macht immerhin 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 ich weiß genau was du meinst aber ich bin so ich bin vergesslich gegen Protoss ja du bist vergesslich ich habe etwas ganz eine Essensstörung eine Essensstörung hast du genau das hat er auch ja das hat er auch auch selber sterben ich weiß nicht als der das verneuert von Prozent von Apple einsterb genau Deutsch er hat informiert so wie du ist Fakt das ist ein Jahr das wäre so viel Wo soll ich denn lang? Ich hab Björn verstanden Björn? Björn, wo ist Björn? Lass Björn in Ruhe, ja? Man, dann geht meine Super-Ultra-Omega-Technik nicht auf Nochmal zwei Türen, das garantiert so viel Aua Die hat viel gesehen Ja Die sollte auch nur dahin laufen, damit ich ein Ding entdecken Wer verzeiht Was ist das denn? Das ist nicht gut Alter Alter Wir haben echt hier Hardcore-Sachen geraucht Hi, Allgamer Boah Viel zu viele Mews Nächstes habe ich ein paar Feen Boah, die rasten aus Oh Hier müsste dann schon das E-Tippen sein Krass Eine färbig noch Aha Ah, gerade Goldschild Yeah, ich kann Strahlen abwehren Bam Das sieht schon geil aus Das Level 2 Schild habe ich nie gehabt Aber okay Nehmen wir Jetzt brauche ich wieder einen Schlüssel aber Nämlich ich wollte irgendwie verpennt Ha Abgewehrt Abgewehrt Okay, einen Schlüssel habe ich irgendwo verpennt Mensch Fuck Neh, du riechst wahrscheinlich wieder Ewigkeit Das Fee Oh Interessanter Warp-In-Pilot Oi Oi, Oi Ah, ja, 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 ja Oh, eine Fee Ah, die kann man was vonnehmen Ah, die kann man was vonnehmen Ah, du, 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 du Oh Und ich bin so ein Depp Ja Oh, oh, ja Wo hab ich den Schlüssel? Gut, ich hab verloren Die, äh, Kolossi krieg ich niemals tot Ich geh noch ein bisschen zurück Was soll ich sonst tun? Okay, und tschüss Will aber nicht zurück Oh, di, 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 und tschüss Cool, ich verliere ein Game mit 4000 Overmints Bin ich schlecht Ich hab 7000 gerade Hm, na, ich geh nochmal hier Ich hab noch einen Morada Ich konnte immer noch zwei Mules kohlen Kohlen, ja, Kohlen Cool Oh, Mann Ich wollte wenigstens, dass die Vikings noch Na, wenigstens Halbwegs Schaden machen Zu viele Röhren Wow, du hast ja schon mal eine komplette Exe zerlegt Hm, ich versuche nochmal in den Raum mit den Augen zu gehen Vielleicht geht da, kann man die Augen kaputt machen Ich glaub nicht Vielleicht liegt da ein Schlüssel Weil ich will eigentlich nicht zurückgehen Nein Nein Boah, du hast so wenig Einheiten Warte ich das? Ja Scheiße, dumme Kolosse Gegen die bin ich jedes Mal gefällt, wenn ich gegen Protoss gespielt hab So, jetzt kann ich doch gegen diese Laserfuzzis das machen Geht doch Geht doch voll abgleich Wie schmitzkatz Das wäre ein Protoss-Dashball ohne, ohne Kolosse Ein zuschlagender Gegner Hier was vielleicht Oh, wie putzig Los Verdammt Nein Bin ich hier beide weggegangen Das sind meine noch ein Waikino Hier waren die Augen, oder? Ja Ach man Ich kann wenigstens sagen, bringt das nicht Ich kann wenigstens sagen, bringt das nicht Wie viele Echsen hattest du eigentlich? Scheiße, ne? Wo muss ich hin? Ich muss ich echt zurück Nein, ich hab noch nie Leute gespielt Ich werde es auch nicht spielen Bestimmt Wahrscheinlich Bestimmt Wieso nicht? Tut mir leid Wo bin ich lang? Wo bin ich lang? Raven, sag mal, wo ich lang will Links Komm ich hier Rechts Geh ich gerade schon Oben Oben Oh Mann Oh Mann Oh Mann Weil das Das war doch keine Schlüssel mit Das war doch keine Tür mit einem großen Schlüssel, oder? Hab ich mich hier echt so verguckt? S, C, S, O Hi, erst mal Wenn ich mich hier echt so verguckt hab Dann hasse ich mich Und wenn du jetzt falsch liegst, dann hasse ich dich Ha, ha, ha Und du liegst falsch Ich glaube, das ist Leute nicht grundlos Du musst dir mal meinen krassen Split am Anfang angucken Bestimmt, erst mal die Hälfte der Worker aus Versehen zur Exe geschickt Das war echt eine große Schlüsseltür Ja, ganz mal gucken Bin ich echt so doof? Okay Okay, schau ich mal Schau ich mal Jetzt bin ich den ganzen Weg jetzt nochmal Heute war ganz stylisch Okay, ich wollte er doch gar nicht Ja, das sah doch awesome aus Und wollen wir noch eine? Ich bin blöd, okay Warum sagst du was, was wir schon wissen? Ja, ich... Okay, weil hinter ist Ja, ja, ja Äh So, das Einzige ist, was dir einfällt Ja Ah 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 17 Fehlt ein bisschen an Abwechslung 17 Boah, alien, noch mehr alien Geräusche Alter Reicht Alter Oh, schade Schade Okay, ähm Warte mal kurz Ich will mal gucken, was Wort beim Stream abgeht Okay, das hab ich auch mal nicht mehr Du hast das übrigens wieder mit CH geschrieben, du Schlaukopf Was? Game Breakers Wie? Gar nicht Doch, irgendwo in einem Video, was du letztes hochgeladen hast Und warum? Weil du nicht cool bist Hm Zwei nicht Spiel von euch bei Starcrash 2 einer Zerg Ich? Aber ich... Ich, aber ich... Starcrash Chaos Ja, ich spiele Zerg Ich würde Zerg spielen Ich hab's doch festgemacht, aber mit Zerg spiele ich am meisten Ich will auch Zerg spielen, aber ich hab kein Starcrash Oder wie, da ist Aline, das Aline-Volk, achso Da wohin, da wohin, da wohin, da wohin Äh, das Aline-Volk? Autsch Das Aline-Volk heißt aber Protosse dann Und Zerg ist mehr so ne, so ne Käfer Zerg ist auch Alien Hm Egal Deine Mitte will ich bestimmt auch hinn Tü dütü poquito Psek